Wir wollen Sie ja näher kennenlernen als Bundespräsident, würde mich interessieren, es gibt diese berühmte Frage bei Meinungsumfragen, wo sehen Sie sich politisch? Von 1 ganz links bis 10 ganz rechts. Ich habe einen roten Stein, wo verorten Sie sich denn politisch? Drei, also dann doch relativ links. Ich habe jetzt auch noch Alexander Van der Bellen, ich habe ihn jetzt grün gemacht, wo würden Sie den verorten? Da fragen Sie ihn selber. Links von Ihnen oder rechts von Ihnen, darum geht es mir. Der ist eher da. Also Sie sehen sich, wenn jemand links ist und linke Politik unterstützen will, dann sollte Herr Rudolf uns da. So ist es.